einen schönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen video der zweiten ausgabe von plauderclays unserem neuen kleinen podcast der unregelmäßig kommt und kleinere themen beinhaltet ja fangen wir an erstmal zum stream fangen wir damit am besten am ehesten an ich habe gestern das erste mal wieder league gespielt das war ein desaster ich bin der fiederkönig ist unfassbar wie schlecht ich bin aber nun gut die ganze hafstone sache ich weiß nicht was genau vorgestern passiert ist aber irgendwie kann ich es wieder überhaupt nicht mehr sehen gerade so gar nicht ich weiß nicht ob sich das noch erholt ob wir irgendwie die woche noch mal angreifen oder den monat auf rang eins legend wie es eigentlich geplant war ich kann es nicht versprechen aktuell geht geht mal wieder gar nicht zwei wochen durchgehalten und dann von einem auf den anderen punkt keine ahnung überhaupt keine lust mehr egal von daher werden wir die nächsten tage erstmal league spielen ich weiß dass das vielen nicht gefällt ich weiß dass die viewer zeilen dafür untergehen aber whatever ich will zumindest gucken ob ich irgendwie auf einen ansatzweise guten nennen bis zum season start kommen kann ob sich das wirklich lohnt oder vor allem auch ob ich spaß dran habe bevor ich da irgendwie was draus mache und irgendein ziel setze das ist das eine und dann reden wir über die richtigen themen dieses lustigen podcast resonanz für den ersten podcast ich meine es gucken halt nicht so viele leute war immer ist ja klar bin ja nicht so aktiv auf youtube aber es hat für den harten kern gemacht wie es ursprünglich auch angekündigt wurde von daher war die resonanz von denen zumindest ganz okay denke ich und heute auf dem programm eine netflix serie netflix film ein anderer film und passend zum wochenende auch nfl sozusagen die letzte chance form vom super bowl oder die 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 letzten spiele vom super bowl die äh finals der jeweiligen divisions nennt sie es gar nicht jetzt ist noch mal naja whatever der einen hälfte und der anderen hälfte ähm es spielen die rams gegen die sands und die patriots spielen bei den chiefs ähm wie ihr wisst bin ich ein riesiger football fan ähm seit vielen vielen jahren habe gefühlt jedes spiel geguckt die season beziehungsweise jeden spiel na ich glaube ich habe ein oder zwei wegen artifact verpasst naja sei es drum da habe ich die replays angeguckt ähm ja die season ist zu ende das ist immer schade weil man weiß dass es jetzt nur noch drei spiele gibt ähm und danach ist halt immer sehr lange pause ist nicht so vergleichbar mit dem fußball oder so die pause ist halt wirklich extrem lang immer nicht wahr ich meine jetzt haben ich glaube 3. februar als super bowl und danach hast du halt mehr als ein halbes jahr nichts ähm ist so beim beim football ist auch klar man football viele die die football nicht kennen die das du die 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 pause braucht man halt auch wirklich äh beim american football weil am ende der season irgendwie die hälfte der spieler verletzt sind wenn die wenn die noch zwei monate weiter spielen haben sie keinen spieler mehr der mitspielen kann von daher ähm ist das schon ganz okay ich freue mich ähm ich denke wir haben wunderbare äh finals jetzt und und wunderbar und super bowl egal wer da reinkommt ähm ich würde sagen sind die vier besten teams der season auch wirklich wenn man es objektiv betrachtet man kann vielleicht ein statement für die bears setzen die rausgeflogen sind unglücklich gegen die eagles man kann vielleicht sagen die texans waren aber ich denke wirklich die vier besten teams ähm haben es geschafft ich meine auf der einen seite haben wir die patriots die immer noch äh ob hier das fuck um tom brady sind und vor allen dingen eben in den playoffs wieder abgehen ich meine die ganze season die war nicht so beeindruckend wenn die alles toll sind sie eins zwei gestartet und haben dann äh gegen die drei nuller dolphins gespielt und ab dann ging es richtig los und sie aber hätten sie das spiel verloren dann 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 wären sie heute vielleicht gar nicht in den playoffs gewesen und dann hätten gar nicht äh wäre gar nicht so weiter gekommen aber naja ich meine bill belichick und und äh tom brady zusammen die fünf superbowls gewonnen haben ich glaube in neun superbowls waren seit den 2000ern ist es absolut unfassbar und ähm gerade jetzt ja gegen die chargers war gegen die chargers ja war gegen die chargers definitiv äh wieder gezeigt was sie noch können und absolut beeindruckend man die patriots gehen die ganze season so oder die sie waren die ganze season so ein bisschen unterm radar man hatte so das gefühl das ist nicht wirklich groß gerade am anfang edelman edelman der top wide receiver war nicht da kronkowski ist nicht mehr so stark wie er mal war ist eigentlich nur noch als blocker fängt fast gar keine pässe mehr dann haben sie sich ähm der heißt da josh gordon getradet und der ist jetzt aber auch wieder nicht mehr da sie hatten viele viele probleme und aber es ist einfach unfassbar wie brady es immer wieder schafft und ja jetzt jetzt hast du den top wide receiver edelman jetzt hast du halt kronk als super blocker immer noch und ab und an das war mal für einen touchdown gut wenn auch seltener als früher ähm und dazu sag ich mal die die du hast du solide defense du 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 hast ein sehr gutes special team du hast naja fucking besten quarterback den es jemals gab und keine ahnung du kannst die patriots irgendwie nie abschreiben aber die ganze season sind sie halt so ein bisschen unter dem radar irgendwie hergespielt ähm alle haben geredet von den von den city chiefs alle haben geredet von den saints alle haben geredet von den rams und die patriots waren halt einfach da haben am ende ich weiß gar nicht was für ein ich glaube ein elf fünf äh gespielt die season ähm elf zu fünf glaube ich ähm und ja sind halt war keine überragende saison brady hat glaube ich jedes seiner bonus ziele verpasst war auch nicht die beste saison von brady aber wenn es halt drauf ankommt ist er da das haben wir letzte woche wieder gesehen gegen die chargers und man kann sie einfach nicht abschreiben ist es unmöglich ähm einfach äh absolute äh ausnahmeleistung aber wo sie spielen ähm ist in kansas bei patrick mahomes tyree kill travis kelsey und den ganzen city chiefs und ähm ja also ich meine ich bin ja eher football gucker weil ich fantasy teams baue und ich habe eigentlich keine favoriten teams aber letztes jahr war es schon so dass ich die chiefs ähm letztes jahr noch unter alex smith als quarterback unglaublich gemocht habe ähm es ist ein unglaublich sympathisches franchise es ist einfach ah sie haben es einfach verdient sie haben den head coach mit mit andy reid der der einfach ein offensiv gott ist und noch nie richtig was gewonnen hat ich werde mir alles verurscht hat er keinen superbowl ich glaube er war noch nicht mal im superbowl doch ich glaube er war einmal im superbowl ist auch egal jedenfalls hat er so ein bisschen den ruf weg dass es immer wenn es drauf ankommt seine teams verkacken aber ein absolut toller head coach ähm und ah was für tolle spieler ich meine natürlich sind die city chiefs ein bisschen geschwächt durch äh den abgang von carrie mhunt mitten in der season ich meine carrie mhunt war einer der besten running backs der liga mit weitem abstand unglaubliche sachen auch die season gemacht leider hat er irgendwelche prostituierte geschlagen und sich dabei auch noch filmen lassen und deswegen ist er irgendwie weg ähm aber naja man hätte denken können dass das so ein bisschen knackpunkt ist für die für die chiefs aber war es eigentlich nicht ähm die beiden williams als auch spencer rare haben als running backs übernommen ähm williams macht einen guten job beide williams machen einen guten job es ist immer ein bisschen verwirrend die haben zwei williams als running backs furchtbar damien und derin glaube ich oder damien und ich habe keine ahnung wie der andere heißt ähm aber es ist keine große schwäche und noch dazu ist natürlich die die chiefs sowieso auf dem passspiel eher ähm geeignet mit dem besten quarterback der season und ich denke da muss da gibt es auch keine großen diskussionen ähm patrick mahomes als zweiter spieler der geschichte und das in seiner ersten richtigen season als starter fünf über 5000 yards geworfen über 50 touchdowns geworfen ähm nur peyton manning hat das einmal geschafft vor ihm und ähm absolut outstanding in der ersten season ich denke das größte quarterback talent was die welt je gesehen hat wer die season gesehen hat wer die chiefs hat spielen sehen was mahomes da veranstaltet hat die season was für sachen der wirft ist absolut unfassbar dazu aus meiner sicht mein lieblingsspieler der gesamten liga tyree kill als right receiver als einen der besten right receiver der liga und für mich den besten right receiver der liga ja da kann man drüber diskutieren ob brown oder jones oder äh michael thomas oder wer auch immer besser ist mir scheiß egal oder hopkins ähm für mich persönlich tyree kill mein absoluter lieblingsspieler der liga und für mich der beste right receiver ist unfassbar was dieser junge macht unfassbar wie schneller ist unfassbar wie safer die was für sachen er catcht ist es unfassbar ich liebe es einfach äh tyree kill und generell die chiefs offens spielen zu sehen dazu hast du ähm vielleicht den besten tight end ähm der liga mittlerweile da kann man auch drüber diskutieren ist es kelsey ist es als ist ebron keine ahnung für mich würde ich auch sagen kelsey ähm auf jeden fall auf dem absoluten top level und naja dann hast du noch so 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 ein paar secondary options ähm in der offens ähm watkins ähm akzeptabler right receiver mehr als akzeptabel ähm conlay wenn mich nicht alles täuscht wobei der die letzten spiele eher weniger angespielt wird und naja dann hast du die ganzen trick spielzüge die die chiefs halt drauf haben wo tyree kill mal der running back ist und so weiter und whatever ähm einfach ein wunder wunderbares team anzusehen offensive sie spielen daheim die patriots kommen zu gast ähm und ja für mich wenn wir das spiel analysieren wollen ich meine wenn die chiefs also erstmal muss man sagen in keins ist es scheiße laut das ist wirklich schwer in keins zu spielen ähm diese leute die sehen sich nach einem superbowl bzw nach einem superbowl sieg seit was weiß ich wie langer zeit und ähm das hat man auch schon beim letzten spiel gesehen die machen die hütte voll und das ist schwer für die gegnerische offens irgendwelche calls zu machen weil sie einfach nichts hören ähm das ist immer das ist durchaus ein das ist durchaus ein punkt also nicht wahr man kann immer sagen im fußball äh hat natürlich das heimteam auch einen großen vorteil ähm einfach wegen stimmung und weil man sich da erkennt und so weiter aber im football ist das nochmal eine andere sache weil im football viele kennen das nicht die 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 das nicht wissen das ding ist das team welches zu gast ist wenn die in der offense sind wo sie ihre calls machen müssen da wird das publikum halt laut äh richtig laut ähm einfach damit die sich gegenseitig nicht mehr hören das heißt es ist unglaublich schwer calls nochmal zu ändern wenn die defense anders steht als man es gesehen hat oder als man es dachte es ist unglaublich schwer ähm und keins ist es richtig laut und ähm das ist auf jeden fall eine sache ich meine brady und co sind erfahren genug um damit umzugehen ähm aber für mich persönlich sind die chiefs hier favorit ich hoffe dass die chiefs in den superbowl gehen ich hoffe dass sie die patriots rausschmeißen so viel respekt ich auch für brady und co habe ähm ich denke wenn wenn die offense normal läuft wie sie normal laufen sollte dann die die patriots defense ist okay aber nichts überragendes dann müssen wir damit rechnen dass je nach wie viel nötig ist zwischen 35 und 45 punkte gescored werden von der chiefs offense und ja brady kann das auch die chiefs defense ist nicht so stark das ist der schwachpunkt von den chiefs natürlich ähm aber gerade daheim ist die chiefs defense nicht so schlecht wie man denkt ähm ja statistisch gesehen ist die chiefs defense ein haufen scheiße gewesen die season gar keine frage aber eigentlich nicht daheim daheim haben sie sehr sehr gute jobs gemacht ähm haben viele viele gute teams stoppen können und ähm ja brady kannst du vielleicht nicht komplett stoppen aber brady muss halt auch erstmal auf dem gleichen level punkte machen wie in mahomes und seine monster offense von daher ich könnte mir gut vorstellen dass das äh ein sehr 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 score reiches game wird auch wenn das äh teilweise in den playoff seltener ist äh aber ich denke dass die chiefs sich durchsetzen sie haben es verdient aus meiner Sicht die chiefs definitiv eins der beiden besten teams oder eins der top 3 teams dieser season äh die patriots sind für mich nur vierter ähm auch wenn sie natürlich wie gesagt diesen erfahrungs und playoff bonus äh irgendwie dazu kriegen wo sie immer nochmal komplett eskalieren aber für mich äh die chiefs haben es verdient in den superbowl zu gehen ähm und ähm und dementsprechend meine einschätzung die chiefs gewinnen gegen die patriots ähm und auf der anderen seite ähm haben wir die rams gegen die saints ähm die rams beide den saints ähm das bedeutet jared goff gegen äh drew breeze der um seinen zweiten äh superbowl ring kämpfen möchte und ja wir haben zwei absolut hervorragende teams ähm die ähm ja einfach beide eine extrem gute season gespielt haben auf der einen seite hast du die saints offense mit true breeze mit zwei unglaublich starken running backs mit alvin camara und mark incram dazu hast du den top wide receiver ich glaube er war auch der top wide receiver der liga statistisch gesehen mit äh am ende michael thomas der gerade jetzt in der letzten woche wieder gezeigt hat was er kann was zur scheißhöhle hat er da veranstaltet 180 yards oder so keine scheiß ahnung ähm true breeze hat einfach eine safe anspielstation mit ähm mit ähm mit michael thomas und das ist eine tolle offense in jeder hinsicht äh true breeze einer der besten quarterbacks seit langer zeit ähm kann alles werfen und äh hat auch die abnehmer und die safeties und dazu ein gutes running game eigentlich das hat man letzte woche nicht gesehen aber alvin camara eigentlich ein unfassbar guter running back und vor allem mit mark incram zusammen haben sie so viele optionen im 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 ganz normalen running game ähm einfach äh hervorragend aber auf der anderen seite hast du aus meiner sicht den besten running back der liga man kann man kann punkte für elliot oder für vielleicht auch sakron barkley die season machen aber für mich todd girley ähm der beste running back der der liga das heißt bei den rams ähm ist das natürlich eine tödliche waffe dazu hast du ähm leider kein cooper cup der ist verletzt als wide receiver von den rams aber dafür hast du äh woods und cooks äh zusammen mit jared goff der eine gute season gespielt hat hast auch eine absolut mörderische offense dazu hat man letzte woche noch gesehen ähm was passiert wenn girly nicht unbedingt ganz fit ist dann hast du auch noch als backup running back cj anderson der was das ich komplett eskaliert ist letzte woche ähm es wird ein offensiv spektakel denke ich beide sind nicht sonderlich gut hinter offens und ich kann mir nicht vorstellen dass die saints äh die 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 rems stoppen können und ich kann mir nicht vorstellen dass die rems die saints stoppen können ich denke das wird auch ein offensiv feuerwerk ähm die rems spielen bei den saints ähm und ähm ja es ist es wird ein knappes spiel denke ich es wird ein sehr knappes spiel aber hier muss man einfach auf die saints setzen ähm ich denke einfach dass die saints in in entsprechenden hinsichten die größeren vorteile haben ich meine was spricht für die rems für die rems spricht tod girly eigentlich nur aus meiner sicht ähm und vielleicht dass sie zwei top wide receiver haben mit cooks und woods beide sind super ähm für die saints spricht der heimvorteil ähm für die saints spricht der beste wide receiver der der season für die saints spricht die erfahrung ähm ja keine ahnung also für mich ist es und vor allem die erfahrung auf der quarterback position ich meine jared goff ist immer noch relativ jung und relativ unerfahren der hat noch nicht so viele richtig wichtige spiele gespielt und ähm ja ich meine jared goff ist ein guter quarterback aber aus meiner sicht nicht auf einem level mit true breeze aktuell und ich denke einfach dass true breeze dieses spiel entscheiden kann ähm tod girly wird ein zwei touchdowns machen oder eben anderson wer auch immer ähm da kann man von ausgehen aber ich denke dass camera das genauso kann auf der anderen seite und true breeze sollte im passgame einfach überlegen sein und wenn man gesehen haben hat wie die maschine aktuell läuft ähm zusammen mit michael thomas dann würde ich einfach sagen die saints gewinnen das von daher damit abschließend zu sagen meine prediction für super für den superbowl äh ist chiefs gegen die saints ähm und wie wir wissen liege ich meistens falsch mit meiner einschätzung irgendwo sehen wir wo die rems gegen die patriots im superbowl naja schauen wir mal also ich bin bei den chiefs relativ äh ich bin eigentlich bei beiden picks relativ sicher die buchmacher sehen das ähnlich by the way ähm allerdings sind so zwei fünfer zu eins sechserquoten ungefähr jeweils von dem auswärts team ähm es ist also nicht ist es nicht sonderlich eindeutig aber für mich persönlich sage ich chiefs und saints wir werden sie im superbowl sehen und ich denke dass es auch verdient wenn man die ganze season sich anguckt ich denke dass die beiden teams ist auch am meisten verdient haben und einen wunderschönen superbowl bieten werden dann hast du ähm zwei der absoluten top offenses der liga mit relativ schwächten defenses und das im superbowl das wird ein fucking feuerwerk von daher wäre schön wenn so passiert und ich würde mich mega freuen ja das dazu dann erzähle ich euch noch kurz von dem film den ich geguckt habe ähm und den wollte ich schon länger gucken ist jetzt nicht wirklich ein neuer film aber ich habe irgendwie immer mal aufgeschoben jetzt habe ich mir bei amazon angeguckt ähm ausgeliehen ähm hexor rich ähm hexor rich ist ein kriegsfilm aus dem zweiten weltkrieg ähm aus sicht der amerikaner wie immer und ähm geht aber nicht um den krieg in deutschland sondern oder in europa sondern gegen japan und ähm das ist die story einer person ich möchte nicht wie immer nicht so viel spoilern das ist die geschichte eines soldaten der sich freiwillig meldet aber aus religiöser gläubiger überzeugung der meinung ist dass er keine leute töten kann das heißt er kann keine waffe nutzen ähm das wird dann auch aufgearbeitet im film und so weiter na und da gibt es natürlich ein paar probleme ich meine naja soldat zu werden und zu sagen ähm na aber waffen ist nicht so meins töten tue ich nicht ähm ist halt so eine sache und er möchte aber sanitäter werden und dann ähm ergibt sich in diesem film eine unglaubliche geschichte aus meiner sicht das ist ein 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 absolut toller film in jeder ein 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 wirklich ein ein meisterwerk in gewisser hinsicht ähm das ist einer der besten kriegsfilme die ich je gesehen habe der sich hinter soldat james ryan oder äh gibt es noch für große kriegsfilme wir waren helden herz aus stahl was auch immer der sich definitiv nicht dahinter verstecken muss sondern in vielerlei hinsicht sogar noch das ganze toppt ähm es ist ein film der den schrecken des krieges extrem 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 gut zeigt ähm der gleichzeitig irgendwie die menschlichkeit sehr gut zeigt die die auch da sein kann trotzdem und der einfach eine geschichte erzählt auf wahren begebenheiten die die ich persönlich für herr gott ich kann mir das nicht vorstellen also habe den film angeguckt äh und ich habe danach extra nachgegoogelt und dachte mache ich öfters nach film ob das wirklich eine wahre geschichte ist ich konnte mir das nicht richtig vorstellen also ich meine das ist crazy das ist wirklich fucking crazy wenn das genau so war ich meine im film wird es bestimmt ein bisschen dramatisiert und alles aber das ist eine unmenschliche leistung möchte da nicht viel spoilern aber ähm guckt euch diesen film an hex origin richtig richtig guter film der ähm ja der einfach hervorragend gedreht ist der 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 gute charaktere hat der gute schauspielleistungen hat der gute sag ich mal fragen von moral und co irgendwie in den raum stellt und selbige nicht unbedingt beantwortet sondern beantworten lässt äh oder den zuschauer sich selbst die die frage stellen lässt ähm es ist einfach ein richtig guter film keine ahnung kann man nichts gegen sagen ich war sehr sehr gut unterhalten und ähm es ist wirklich ein ein hervorragender film von daher hexon rich ähm so heißt das schlachtfeld sozusagen ähm deswegen ist der film so benannt in japan also so heißt das schlachtfeld in japan und ähm ja guckt euch an ähm böse film wirklich böse film böse szenen auch ähm sehr sehr brutal gerade gegen ende hin also das boah die also die die wollen einen nicht schonen ja von daher empfehlung vom könig ähm toller film dann weiterer film habe ich gerade eben geguckt auf netflix neuer netflix film ich gucke die netflix-filme mittlerweile wirklich gerne keine ahnung die sind selten enttäuschung ich habe gerade the last love das kann ich nicht aussprechen weil mein englisch so scheiße ist das letzte lachen sonst hört sich an wie liebe das letzte lachen habe ich auf netflix geguckt also der letzte lacher vielleicht er ist auch egal geht darum dass sich zwei ältere herren in einem altersheim wiederfinden die sich vor 50 jahren mal gekannt haben der eine war comedian der andere war sein manager und dann beginnt ein sehr absurder road trip weil sie sagen ach altersheim ist scheiße lass noch mal die 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 welt abbrennen wir gehen noch mal auf tour ja kein sonderlich innovativer film ich meine sowas ähnliches hat man schon zehnmal gesehen es ist ein sehr leichter film ein sehr eine sehr leichte unterhaltung wenn man gerade irgendwie was zum einschlafen sucht in einer gewissen hinsicht oder also kurz vorm einschlafen wenn man irgendwie einen film sucht der einfach so ansatzweise ein bisschen nicht mal lustig der film ist nicht wirklich lustig der hat jetzt nicht viele lacher oder so dass man irgendwie ist keine richtige komödie also eine komödie ist es schon aber es ist nicht so eine lacher komödie nicht so eine adam sandler komödie wo dann einzelne gags richtig gut sein sollen das ist einfach eher so ein viel gut movie welches so vor sich her plätschert was ein bisschen message mitbringt aber nichts zu deep ist sondern einfach so einige lustige szenen hat definitiv und und einfach so vor sich her plätschert sozusagen der inbegriff eines viel gut family films und das ganze als roadtrip movie mit leuten die kurz vorm tod stehen sozusagen umgesetzt ähnliches hatten ja auch mal morgen freeman und jack nicholson gemacht ich meine die wissen die bei der da war es ein bisschen anders aber ihr wisst was ich meine ja von daher nichts besonderes den film guckt man und den vergisst man nach zwei drei tagen wieder aber es tut einem auch nicht weh dass man ihn geguckt hat ihr kennt so filme es ist einfach so ein film es ist so ein film den den guckst du im fernsehen beim durchzeppen da bleibst du hängen und dann guckst du dir den an und am nächsten tag hast du vergessen dass du den geguckt hast aber es hat ja nicht wirklich weh getan ist kein guter film ist kein schlechter film ist einfach ein film der einfach keine ahnung die ungefähr eineinhalb stunden deines lebens raubt und naja und danach ist auch gut und du denkst eigentlich nie wieder dran von daher weiß nicht wenn ihr sowas mögt empfehlung wenn ihr sowas nicht mögt sondern nur anspruchsvolle filme gucken wollt beispielsweise filme die hängen bleiben dann ist es halt nichts für euch dann guckt ihr lieber hexa witch und damit kommen wir auch schon schon nach 22 minuten zum abschluss mit der serie die ich angesprochen habe und ich habe schon angekündigt ich will mit euch über sex education reden auf netflix das erste highlight für mich persönlich 2009 10 in sachen serien was ich gucken durfte sex education neue netflix serie hat acht folgen in der ersten staffel und als eine sehr abstruse serie aber eine wunderbare serie also wirklich ich hatte ich möchte ich sagen ich hatte selten so viel spaß bei einer serie dann wäre es ja eine meiner lieblingsserien so weit ist es nicht gekommen aber es ist eine serie die also die wirklich sehr sehr gut anschaubar war diese staffel es war absolut hervorragend gemacht alles muss man natürlich ein bisschen mögen aber dieser dieser diese serie ist so absurd es geht um einen jungen deren dessen mutter als auch vater sextherapeuten sind und die die sind aber getrennt und die mutter ist sehr sehr freizügig hat dauernd lover bei sich zu hause und 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 keine ahnung aber er hat komplett sexuelle störungen in jeder hinsicht weiß aber alles weil er immer die patienten seiner mutter irgendwie belauscht während den gesprächen in ihrem haus und dann kommt es in so eine komische situation dass er irgendwie der sextherapeut der schule wird und und in so einer high school ich glaube es ist eine high school und die 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 schüler mit ihren problemen halt zu ihm kommen und dann haben die da so ein kleines business aufgebaut das so sagen zum grundaufbau der serie worum es geht aber die serie hat also erstmal muss man sagen was mir als erstes aufgefallen ist das ist jetzt nichts positives finde ich persönlich aber viele finden das vielleicht positiv diese serie ist sozusagen der ultimative die serie ist so aufgebaut dass du weißt dass sie keinerlei minderheiten angreifen wollen beziehungsweise dass sie nicht mal den verdacht erwecken wollten dass irgendeine minderheit sich angegriffen fühlen könnte ihr kennt das mittlerweile nicht wahr dieses social justice führt dazu dass die serien und film auf alles achten müssen da muss alles ausgeglichen sein du brauchst in jeder serie brauchst du ein paar homosexuelle du brauchst ein paar leute jeder ethnischer herkunft du brauchst einfach alles ausnahmslos alles was es gibt damit jede minderheit abgedeckt ist und das macht diese serie finde ich also wirklich sehr sehr ob mir ist das ist ich finde es fast ich meine mich stört sowas auch nicht nicht wahr mir ist es ja völlig egal ich finde halt dieses ganze social justice warrior kram ein bisschen übertrieben ich denke wenn in der serie halt mal kein farbiger schauspieler dabei ist oder eben auch kein weißer schauspieler dabei ist oder kein asiatischer dann ist das nicht schlimm vielleicht ist es einfach in der jeweiligen szenerie so richtig oder vielleicht sind die schauspieler einfach besser geworden die sich mich interessiert das sowas überhaupt nicht mich interessiert das einfach nicht also mir ist es halt so jacke wie hose aber viele leute wollen halt heutzutage alles ausgeglichen haben und dann brauchst du wirklich im idealfall von jeder ethnischen herkunft in jeder sexualität eine darsteller und so ist das in dem film auch in der serie ungefähr das finde ich fand ich ganz witzig weil weil es mir sehr selten so offen ins auge gestochen ist wie dieses casting abgelaufen sein muss wo sie wirklich gesagt haben wir brauchen alles was wir nur finden können damit sich keiner angegriffen fühlen kann jeder muss dabei sein naja jedenfalls das nur nebenbei als kleine erklärung die serie an sich ist dann sehr sehr amüsant einfach die hat extrem viele lustige szenen ich habe mich da ich habe mich weggeschmissen teilweise sehr sehr witzige szenen es ist unglaublich viel gut das ganze es fühlt sich einfach super an die serie zu gucken die ist immer unterhaltsam die ist nie langatmig die ist einfach nonstop on point du bist nonstop gut unterhalten hast hier mal einen kleinen lacher und hast da mal einen kleinen moment oh mein gott nein so 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 ein oh gott moment und was ist das denn und sehr sehr innovative einfälle insgesamt sehr sehr auch dieses typische teeny komödien ding ist auch drin mit so mit so mit so wie soll man sagen mit mit so ich weiß es nicht mit so mit so problemen die entstehen weil die leute nicht miteinander reden das kennt man ja wo dann oder dass die leute gerade irgendwo rein rennen wenn xy passiert und dann unbedingt einen falschen eindruck kriegen und so so was ist alles drin aber generell trotzdem ist es unglaublich unterhaltsam und einfach eine extreme empfehlung von mir es ist einfach es ist toll geschauspielert es ist sehr sehr unterhaltsam und ich freue mich mega auf die zweite staffel da kommt bestimmt eine zweite staffel sowas lässt sich netflix in der regel nicht entgehen weil das wird bestimmt relativ guten erfolg gehabt haben und wird erfolg haben einfach eine gute serie wirklich also toll geschauspieler hat tolle einfälle vielleicht ein bisschen zu vielleicht ein bisschen zu darauf getrimmt ist allen recht zu machen aber wen juckt es mir hat es auch recht gemacht das ist schon okay prinzipiell eine sehr sehr gute serie wie gesagt von daher wenn ihr was zum gucken wollt acht folgen ungefähr 50 minuten pro folge glaube ich sex education auf netflix wirklich eine hervorragende serie und große empfehlung von mir das war plauder clays nummer zwei ich habe lange überzogen schon wieder sind fast bei 30 minuten keine ahnung wie das passiert ist von daher ich mache aus hoffe ihr hattet spaß und ein paar gute empfehlungen mitgenommen am wochenende footballzeit und ansonsten habt ihr ja jetzt einige tipps die ihr bis dahin gucken könnt ich bin raus und wir sehen uns auf dem stream mit league wahrscheinlich bis dann schaui